Ich kenne die Maps ja und so weiter, alles noch nicht. Das letzte Rennspiel, was ich richtig gesuchtet habe. Also richtig gesuchtet habe. Das ist schon so lange her. Das ist Need for Speed. Ich denke immer eine Uhr klingelt, wenn ich durch den Checkpoint fahre. Need for Speed. Nicht Need for Speed 2. Den Teil davor, wo man nicht mal frei durch die Stadt fahren konnte. Sondern wo man auch immer so quasi...